Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Livestream Ankündigung Heute von dem lieben 15.7.2016 Heute 20 Uhr Livestream live auf Twitch und den Link in der Videobeschreibung drin Heute werden wir von 20 bis 21 Uhr Minecraft spielen und von 21 bis 22 Uhr würde ich sagen und spielen wir noch ein bisschen World of Tanks Ja, würde mich freuen, wenn ihr heute Abend einschalten würdet 20 Uhr auf Twitch Wie schon gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung drin Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde Tschüss